Am 9. Februar 2021 wurde das Model Kasia Lehnhardt mit nur 25 Jahren tot in ihrem Berliner Apartment gefunden. Am 27. April wäre ihr 27. Geburtstag gewesen. Zu diesem Anlass teilte ihre Mutter Adriana Lehnhardt in ihrer Story ein emotionales Video, das auf einem Gedenkaccount für Kasia veröffentlicht wurde. Das Titelbild zeigt eine Torte, die Kasia offenbar zu ihrem 18. Geburtstag bekam. Weitere Bilder zeigen das Model, wie sie glücklich in die Kamera lächelt. Unter dem Video finden Kaschas Fans emotionale Worte. Auch nach über einem Jahr will ich es immer noch nicht begreifen, schreibt eine Userin. Eine andere Userin kommentiert, mein Herz blutet. Kasia Lehnhardt war von 2020 bis 2021 mit Fußballstar Jerome Boateng liiert. Die Beziehung der beiden soll allerdings toxisch gewesen sein. Der Spiegel hatte über die Beziehung der beiden eingehend berichtet. Kurz vor Kaschas Tod machte der Fußballprofi seiner Ex-Freundin heftige Vorwürfe, bei denen es unter anderem um Erpressung ging. Die Beziehung der beiden wollen, dass die Beziehung der Jäuferan zu schicken. Der Spiegel hatte über den Jäuferan, die sich in der Jäuferan zu verabschieden.